Und geh dann zur Werkstatt. Erinnerst du dich? Dort hast du den kaputten Waggon von den Schienen entfernt. Es gibt da eine Zugangstür zur Hydrostation. Hast du was gefunden, Isaac? Es ist... nennen wir es eine Gewebeprobe. Logbuch der Hydrostation. Dr. Elizabeth Cross. Das ist... nennen wir es. Das ist... nennen wir es. Ja, wir haben noch eine gute Beispiele. Die vertrafen wir uns. Ich hoffe, es geht dir gut. Die gute Mummi im Haus hat eine Tote von einem Plan. Und seit dem Tod des Käpt'n sind sie... durchgedreht. Sorry, Isaac. Mach weiter. Nur eine Kamerastörung. Ich dachte, ich hätte meinen kleinen Bruder gesehen. Verrückt, oder? Das ist... nicht möglich. Ich kann mich auch noch aus. Das war's. Das war's. Ich denke nur nach. Wenn irgendein Firmenarschloch versucht, den Marker zu klauen, könnten wir beide etwas verdient werden. Dieses Hammond scheint mir etwas gewagt. Komm schon. Wo ist Hammond? Was macht er? Weiß nicht, wenn ich mich nicht konzentriere, gehen uns die Luft aus, bevor es eine Rolle spielt. Das war's. Das war's für heute. Warnung. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu dem Filtration hoch. Warnung. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu dem Filtration hoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017